Ja, hallo und herzlich willkommen zu Part 3. Immer noch das Spiel Outlast, immer noch die Hose voll, immer noch Chris, immer noch Chris Play, immer noch die Nervenheilanstalt, Maschinen-Room, ja wir wurden Schweinchen genannt, wir wurden durch Fenster geschleudert, wir haben eine Karte gefunden, unsere... Wer ist das? Ich mach mal aufs Akku. Gas pumpen ein und betätigen den Helmschalter im Generator neu zu starten. Okay... Die hier alle so am abhängen. Guck mal, hier sind zwei Türen. Da aber auch, aber die sieht mir so... Ich geh jetzt hier rein. Ach guck mal, Pumpenraum, soll ich sogar rein? Ich reiz die Batterie richtig aus. Ach hier ist eine neue, guck mal. Ja, okay, ich wechsle mal. Ähm... Ja... Ah, hier ist der Schalter. Oh, hier ist nicht mal ein Dings zum Verstecken. Oh, ich renne lieber mal raus hier. Da kommen doch wieder irgendwelche. Oh, oh. Guck mal um die Ecke. Oh, da kommt wirklich jemand. Hier ist noch ein Schalter. Hier bin ich nächstens nen Schrank. Ja, nen Schrank. Geh rein! Ich höre Schritte. Mach nicht den Spind auf. Geh rein! Er guckt in einen Spind und lässt die anderen unberührt. Ich mein, gut, da waren zehn Stück oder so. Bis er die durch hat... Okay, er ist wieder draußen. Ich höre das Wasser. Vielleicht mal. Da ist er. Oh, oh. Scheiße. Oh, oh. Alter, der haut mir erstmal voll auf die Fresse. Ich renne hier mal weg. Am besten dahin, wo er herkam. Ah, scheiße, scheiße. Wohin denn? Oh, der hört sich an, als wäre er hinter mir. Da! Da! Nein, nein! Verdammt! Hat er mich jetzt echt nicht gesehen, wie ich da rein bin? Ha, Trottel. Er geht wieder. Es ist nicht schön, der Gejagte zu sein. Lieber der Jäger. Eine Batterie. Okay, er ist wieder am Wasser. Ich höre es. Ich gehe jetzt einfach mal... ...mit Absicht geradeaus. Haben wir hier was? Eine Batterie! Kann ich mir irgendwie denken. Rechts oder links? Electric Room. Okay, da gehe ich aber... Gucken wir erst mal kurz hier. Zu! Ich hoffe, der kommt nicht hier hinter. Da ist wieder ein gefährlicher Wischmob. Eine Sprayflasche. Komm, damit können wir ihn in die Augen sprühen. Oh. Batteriewechsel! Ich sag's euch, das Spiel ist echt nicht... ...nicht für schlechte Eltern, du. Für schwache Nerven. Da leuchtet's, ne Batterie! Wir haben schon sieben, cool! Da ist ein Schrank... ...und da ist ein Schalter. Ich weiß genau, was kommt. Schalter... Der kommt hundertprozentig. Wenn ich er wäre, würde ich auch kommen. Die Mocke, Alter! Da hat sich was bewegt. Oh, er kommt... ...schnell in den Schrank. Der kommt näher. Der macht den Spind auf, da waren nur zwei. Mietze-Kätzchen, jetzt reicht's. Sie mit ihrem Tierfetisch. Erst bin ich ein Schweinchen, jetzt ein Mietze-Kätzchen. Ich fass es nicht. Okay, er läuft. Miau! Ich hoffe, er dreht nicht um. Oh, er hat mich gehört. Jetzt kommt er wieder! Oh, scheiße! Ich hoffe, er guckt nicht in denselben Spind. Ha, fast! Kann ich jetzt bitte mal gehen? Ich brauche jetzt nur noch, äh, glaube ich, den Schalter am Hauptgenerator und dann haben wir wieder Licht. Ich schleiche mal, vielleicht hilft das. Also, duck mich! Ey, wie er wiederkommt! Warum? Mache ich irgendwas verkehrt? Okay, er geht wieder. Schleiche mal hinterher! Ey, bitte komm jetzt nicht hier drüber! Boah! Was macht er? Ist er gestolpert? Habt ihr das gehört? Ey, der verarscht mich! Der geht nicht weg! Was macht er? Sieht er sich im Dreck? Ach, komm, ich renne jetzt vor ihm weg! Jetzt geht er plötzlich! Wenn ich, äh, all meinen Mut zusammenfasse und dahin gehen möchte, geht er natürlich! Steht er um die Ecke, pass auf! Hehehe! Alter, wie schnell er ist! Huah! Scheiße, er hat mich gefunden Au Ist doch behindert Jetzt geh weg da Mistgräbel Ich will da einfach nur diesen Scheiß Knopf drücken Ja Ninja Zu viel Assassin's Creed gespielt So, jetzt aber, komm Ey, man hat ihn durch die Wand gesehen Wenn das so weiter geht, dann verbrate ich ja alle meine Batterien Das ist nicht okay Wo ist er jetzt hin? Ist ja jetzt richtig scheiße, wenn man nicht weiß, wo er ist Ich drücke jetzt einfach ganz schnell den Knopf und renne weg Ich muss eh wieder da hoch, ich schwörs Oha Guck mal, ne Akte, war die voll schon hier? Oh oh Hey, warte mal, ich musste doch hier lang Ah, da Sind eben Spaß, die schon mal entkommen Das war der Katzenmann Er hat mich Mietzy Kätzchen genannt Ich würde sagen, wir müssen jetzt in den Wir müssen jetzt in den Security Raum Ich hoffe nicht, dass, äh Dass der Mann Bär Schwein wiederkommt Warum nennt er mich Mietzy Kätzchen, Schweinchen Irgendwas läuft da verkehrt mit den Jungs Oh, was denn jetzt? Joa So ne Spritze aus 800 Blumenkohl, warum sind die denn aufgetrieben? Wie tut er? Alter, so voll hier mystischer Kacktrotz Das ist eigentlich auch nichts für mich, wenn das so Abnormal, ich mein, großlich, schön und gut, aber so Mystisches So mit unsichtbaren Sachen und so